Ja, liebe Carla, erfolgreiche Vereinsgründung liegt hinter uns. Ich hatte vorher schon alle gebeten, sich ein bisschen vorzubereiten auf ein kleines Statement, was die einzelnen Gründer jetzt bewogen hat, hier mitzuwirken an der Gründung von Liberale Zukunft als Verein. Du hattest da auch was vorbereitet. Verrate uns was über deine Motive. Du hast ja sogar hier das schriftlich vorbereitet. Ja, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, warum ich mich einbringen will in den Verein Liberale Zukunft. Deutschland e.V. Ich will nicht mehr, sondern weniger Staat. Ich will nicht gegängelt und bevormundet werden. Und mit unserem Verein unterstützen wir die freiheitlichen Bestrebungen. Das ist ja schon mal ein ziemlich kompakter Punkt. Ja, also nicht immer mehr Staat, sondern auch mal wieder weniger Staat. So, ich frage einfach mal so ab, damit es nicht so in einem rutscht, weil das ja ein sehr kompakter Text ist, den du da geschrieben hast. Den zweiten Punkt, wo warst du denn ein Schwerpunkt? Dass wir ein parteiunabhängiges und konventionell nicht gebundene liberales Bildungs- und Unterstützungswerk sind und allen liberal denkenden Menschen offenstehen. Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, seine Lebensziele frei und nach individuellen Fähigkeiten verwirklichen zu können. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind für mich die Grundvoraussetzungen, in Demokratie und Freiheit zu leben. Ja. Und mit dem Verein wollen wir die politische Bildung im Sinne freiheitlicher Denkweise für selbstdenkende Menschen und liberale Sozialpolitik unterstützen, ideell und finanziell. Eine lebendige Gesellschaft, in der freiheitliche Bürgerrechte, wie das Recht auf Eigentum, der Schutz der eigenen Daten, sowie das Bürgerrecht auf freies Unternehmertum nach den Grundsätzen so wenig Staat wie nötig und so viel Freiheit wie möglich Umsetzung findet. Also so klassische liberale Themen, die wir hier aufbohren, aber eben parteiunabhängig, um auch eben Anhängern unterschiedlicher Parteien hier eine Plattform zu geben, wo sich mal neutral austauschen können. Das ist auch so, finde ich, auch so. Genau, das ist meine Motivation. Wenn du jetzt wieder zurückfährst nach Weimar, was nimmst du so mit? Irgendwie, was hast du dir vorgenommen für die nächsten Wochen, Monate? Das sind sehr viele Eindrücke und ich muss sagen, ich muss das erstmal für mich selbst verarbeiten, sortieren und dann so meine Richtung finden, wo ich jetzt meinen Punkt finden will im Verein, wo ich mich dann einbringen will, wo ich mich spezialisieren drauf möchte und werde mich dann dazu äußern. Ja, ich meine das ja bei jedem Verein so, der sich neu gründet, dass man ja erstmal so einen Arbeitsmodus finden muss und erstmal so sein Plätzchen. Wenn wir heute so ein großes Feld abgesteckt haben, möchte ich mir dann ein kleines Stückchen von diesem Kuchen raussuchen, wo ich mich dann intensiv damit beschäftigen möchte. Carla, ich danke dir für dein Statement, wünsche dir eine gute Rückfahrt nach Weimar und freue mich auf die kommende Zeit und auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank, ich habe mich gefreut.